Musik Ja liebe Zuschauer, ich stehe heute in Benndorf und zwar neben mir Jungs von Caliban und heute habt ihr den ersten Gig seit zweieinhalb Jahren? Die erste Deutschlandshow haben wir tatsächlich heute seit zweieinhalb Jahren. Wir durften letztes Wochenende schon in Belgien quasi unsere Feuertaufe machen, aber erste Deutschlandshow und erste Release-Show. Wie ist das jetzt? Ich meine die Szene, die lebt ja jetzt hier auch davon, dass man vor Publikum spielt. Wie waren die letzten zwei Jahre für euch? Also wie hat man das geschafft über die Corona-Krise hinweg? Gar nicht. Gar nicht. Also ich denke, da spreche ich halt so aus allen Seelen, die Musik machen, künstlerisch tätig sind oder waren. Die letzten zweieinhalb Jahre waren einfach scheiße. Also es hat halt jedem wehgetan. Du konntest nichts machen. Du hast von heute auf morgen den Hahn abgedreht bekommen. Also es war halt kein schleichender Prozess, dass du gedacht hast, okay, in einem halben Jahr, da fahren wir halt irgendwie ein bisschen runter oder es verändert sich was. Sondern es war ja von heute auf morgen einfach Ende. Ja, jetzt haben wir ja schon mal eben auch geredet und eure neue Platte kommt morgen am 22. April. Ihr macht jetzt seit 24, 25 Jahren jetzt Musik. Die Platte, hört man da jetzt diese Entwicklung auch oder wie ist das? Ich denke schon. Es wäre traurig, wenn nicht. Wenn man keine Entwicklung hören würde, nach 25 Jahren Musik machen. Also wir versuchen auch stetig uns, sagen wir mal, an den Instrumenten, an uns selber zu arbeiten, besser zu werden. Und ich denke mal, das hört man schon in der Musik. Definitiv. Es ist ausgefeilter als damals, wenn man die ersten Platten vergleicht mit dem, was wir heute machen. Das ist ja eher so, ja, früher hast du, das hört sich an, als wenn du einen Sack die Treppe runtergeschmissen hast. Und heute ist das dann schon ein bisschen alles aufgeräumter, ne? Ja, das ist halt, ne? Die alte Zeit auch schön gewesen. Jetzt ist es ein bisschen aufgeräumter und geiler. Aber Marc kann da wahrscheinlich nochmal ein bisschen besser, über was zu erzählen. Also das Album klingt ja gut. Es ist eine schöne Entwicklung, hat ja natürlich stattgefunden. Wobei ich bei dem neuen Album, bei dem Songwriting-Prozess ein bisschen drauf geguckt habe, dass so ein bisschen die Elemente von den ersten drei, vier, fünf Platten so ein bisschen mit übernommen wurden und mit diesen neueren Sachen der letzten drei, vier Alben so kombiniert wurden. Also deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass einige der Oldschool-Fans sich da so ein bisschen drin wiedererkennen könnten, so bei ein, zwei Parts und so. Aber natürlich alles mit ein bisschen besseren Aufnahmekqualität, als man das vor 20 Jahren in der Rumpelkammer aufgenommen hat. Das hatte ich sogar gerade auch im Interview. Die Dame von Krachfink. Fremdwerbung. Fremdwerbung. Die hatte nämlich auch gesagt zu mir, dass sie irgendwie die Platte richtig geil findet. Und dann haben wir auch darüber gesprochen und auch dann über die Übernahme älterer Elemente. Und da meinte sie, dass es das sein könnte, was sie dazu bewegt, das gut zu finden. Mission accomplished, habe ich schon einige, die das gesagt haben. Anfang das Thema. Die letzten zwei Jahre, die waren jetzt nicht so easy. Wie groß ist jetzt die Vorfreude, jetzt in einer Dreiviertelstunde da wieder oben auf der Bühne zu stehen? Also so von eins bis zehn, so bei zwölf. Ich glaube, wir sind alle sehr fiebrig. Also ich glaube, wir freuen uns alle. Wie gesagt, Feuertaufe hatten wir letztes Wochenende in Belgien. Aber das ist natürlich was anderes. Das ist unsere Headline-Show oder es sind jetzt unsere Headline-Shows die nächsten vier Tage. Das ist natürlich immer noch mal was anderes, wie auf einem Festival irgendwo zu spielen. Und jetzt gehen wir heute auch das allererste Mal mit den neuen Songs auf die Bühne. Also es hat halt auch Weltpremiere letztendlich. Und ja, mal gucken, wie es angenommen wird, wie die Leute es feiern und wie wir uns da oben so schlagen. Wir sind sehr gespannt und haben jetzt auch noch ein paar Impressionen für euch. Bis später. Bis später. Ja, neben mir steht jetzt Michael Engelmeier. Und Michael, du bist jetzt hier der Veranstalter oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, also ich bin der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Band of Rock Festival. Also ich bin hier nicht alleine, sondern wir sind hier ein ganzes Team. Und wir veranstalten hier schon seit fast 40 Jahren hier in Band of Veranstaltungen in jeglicher Form. Hauptsächlich halt unser Band of Weihnachtsrock Festival, was auch schon fast jetzt 40 Jahre alt bald wird. Und dann halt seit ein paar Jahren auch Summer in the City und diese neue Nummer heute mit Caliban, mit Metal ist halt schon mal ein neuer Versuch. Ja, du hast ja schon gerade gesagt, es ist eine etwas andere Stilrichtung. Wie ist das denn bisher so angekommen? Also hast du schon was an Feedback gehört oder so vielleicht auch von der Band? Also von den Bands war das Feedback natürlich erstmal super gut, dass wir hier in Band of auch mal sowas machen. Wir haben auch schon Feedback aus dieser Fanbase, aus dieser Metal Fanbase bekommen. Die sagen, cool, in Band of mal sowas hier, wie geil. Aber es ist natürlich nicht, Band of ist nicht bekannt dafür, dass hier Metal abgeht. Ja, da gibt es andere Orte und ja, die Beziehung zur Band selber geht über den Schlagzeuger. Und daher kamen auch die Connections, dass wir das mal hier versuchen. Und ja, es ist jetzt, also wir sind nicht ausverkauft oder wir sind ja auch nicht richtig voll heute. Leider Gottes, ich hätte mir schon ein bisschen mehr gewünscht, aber es ist ein bisschen Start. Mal gucken, vielleicht kann man da mal mehr mitmachen. Ja, wir haben schon vorhin gehört, der Schlagzeuger ist aus Neuwied und gebürtig aus Koblenz. Wie ist das denn? Ihr habt ja jetzt im Jahr noch mehr geplant. Vielleicht und jetzt nach Corona ist jetzt ja auch wieder zum Glück ein bisschen mehr auch möglich. Wie sieht das denn so aus? Also sowas ist ja noch so auf der Liste quasi. Also ganz kurz nochmal zum Schlagzeuger. Der Schlagzeuger, ja, der kommt aus Neuwied, das ist richtig. Aber er wohnt hier in Bendorf und er wohnt hier keine 50 Meter von der Halle weg. Also von daher ist das für ihn ein massives Heimspiel. Und das war dann auch so seine Intention zu sagen, komm, lass uns doch hier in Bendorf unser CD-Release-Tour starten in meinem Heimatort jetzt, wo ich bin. Und ja, was müssen wir sonst noch so planen? Ja gut, unser Summer in the City geht wieder los. Ab dem 15. Juli haben wir diesmal nur vier Wochenenden, keine acht wie die letzten zwei Jahre. Was aber bedingt dadurch ist, dass in der ganzen Gegend schon wesentlich mehr los sein wird und wir auch nicht so viel kollidieren wollen mit anderen Veranstaltungen. Das hilft denen nicht, das hilft uns nicht. Von daher haben wir es reduziert auf vier Wochenenden, also insgesamt acht Veranstaltungen. Und ja, da ist auch wieder alles dabei. Rock, Pop, auch ein bisschen Akapella, alles Mögliche durch viele Kultursprachten durchgehend. Ja wunderbar, wir sind sehr gespannt, freuen uns auch auf den heutigen Abend und ich bin mir sicher, wir sehen uns in diesem Jahr bestimmt noch mal wieder. Und Sie sind in diesem Jahr mit Sicherheit auch noch einmal in Bendorf unterwegs, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Das hoffe ich, das hoffe ich doch. Alles klar. Das ist alles, was wir sehen. Humanität ist tragedie. Das ist die Veranstaltungen, die wir in der ganzen Welt sehen. Wir können die Veranstaltungen, die wir sehen, wie 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 wir sehen.